hallo und herzlich willkommen mein name ist schicki boink und das ist mini metro wo ich möchte wieder eine tägliche herausforderung spielen und diesmal ist es paris im hoja standard modus und was haben wir hier an high scores 61987 ist der höchste wir haben montag und spiel eine runde das fängt schon gut an können wir irgendwie rum es macht noch keinen sinn übrigens nein man kann nicht raus um also ein so nicht raus um nicht das geht alles voll automatisch jetzt kann man hier schon fast nur und ich mache meinen rundkurs draus und jetzt da oben okay hier so viele stationen hier nur eine vielleicht sollte er sollte andersrum andersrum fahren und ich habe auch keine tunne mehr keine tunnels eine lok und machen wir den tunnel ich würde sagen wir nehmen erstmal tunnel aus gründen andere können auch später noch nehmen aber der da hinten ist blöd platziert so ist auch jetzt nicht perfekt aber ich sag gleich mal auflösen dass wir hier unten eine strecke machen da oben eine special ein stern der deinen namen trägt lock und waggon so moment mal ich löse das mal hier auf zack zack und peng alle weg was wäre schlau also hier sind zumindest schon mal ganz viele kreise das ist nicht gut das wird auch kein gutes ende nehmen also die verbindung ist okay was ist denn wenn wir dann ein also das sind so viele kreise okay wenn die jetzt so machen und sagen wir mal wie ich hier noch eine strecke nehmen okay dann würde einer hier fahren mit einem waggon dann fährt einer hier und noch einer hier auf der strecke ist noch einer lassen wir den mal auch hier fahren wie gesagt viel zu viele kreise wird die auch angefahren noch mehr kreise also das ist eigentlich nur eine kreis strecke hier okay ich nehme den mal raus jetzt ist voll das ist schlecht neue lok jetzt hier voll ob jetzt auch noch einer so die fahren wir so ab viel zu weit weg runter einmal dann hier nur so fahren wir nur so hier wird es voll bahnlinie oder waggon noch eine weitere bahnlinie und was ist denn wenn wir sagen dass die jungs hier da oben wird die strecke abgefahren dafür spart sich gelb den abschnitt und den abschnitt fährt dann so sieht okay aus oder und den abschnitt fährt dann so ich hier einmal cut machen und hier und nehme dafür das da mit so besser so besser so besser er ist wieder leer das war gut dass wir das mitgenommen haben aber jetzt hier ich bin kleister ich bin kleister schlecht echt schlecht echt schlecht Platz 680 da müssen wir noch üben war echt nicht gut schade dass wir da nicht noch eine runde machen können was nehmen wir denn stattdessen schanghai haben wir noch gar kein rating kein aktuelles zumindest ist das geht aber schnell ernsthaft mein gott wie schnell es hier vor allem auch raus geht rauszoomt so so und so vielleicht das weht und dann habe ich das dreieck nicht mehr drin und so geht das sieht nicht schön aus aber es meins da kann auch raus damit und dann hier und so reicht nicht gut gelöst überhaupt gar nicht gut tunnel oder war gott ich nehme erstmal noch im wagon und ich lösche das jetzt hier gefällt mir nicht kann das intelligent aufteilen wir haben einmal ich habe drei tunnel das muss ich beachten das sind schon zwei weg wir sind schon zwei weg wenn ich hier einmal rüber gehen geht es nicht so also kann ich nur so eine strecke bauen das ist ein oder zwei tunnel einer also ein eine strecke die das alles abfrühstückt so dann habe parallel eine strecke die so verläuft auch groß aber geht einer noch hier und einer noch dafür habe ich jetzt keine locken mehr euch noch eine strecke ach nöö Zu voll. Zu voll. Ja, fährt wieder hier vorbei. Und das ist auch wieder keine gute Planung gewesen, weil die kriegen wir jetzt hier nicht weg, weil hier fährt nur ein Zug. Und es wird Sonntag. Natürlich wird es Sonntag. Das ist nicht schnell genug. Ne. Boah. Neustart. Einen Versuch noch. Hier ist einer der späteren Level. Die sind dann wirklich nicht mehr so einfach. Das sollte drin bleiben, finde ich. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, so, 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 so. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber oder machen wir so. Scheibenkleister. Das ist blöd. Zu groß. Ich brauche noch eine Glock. So. Weil die hier oben sind nicht so schön. Also wäre das quasi so eine Geschichte. Na, komm. So. Und dann fährt eine diese komischen Dinger hier ab. Ich brauche noch gar keinen Waggon. Sehr verworren hier. Wen lassen wir denn da hinfahren? Rot? Und dann kriegt Rot noch einen Waggon. Ja. Jetzt kommen die Special Kunden. Da kommen wir nicht hin. Ich brauche noch eine Strecke. Da kommen wir auch nicht hin. Ich brauche noch eine Strecke. Also so fahren wir dann. Hier ist der Super Hub. So gelb spart sich die Verbindung. Warum mehr Züge? Ich brauche nämlich auch nicht mehr alles mit. Hier wird schon eng. Da brauche ich hier nicht drüber fahren. Ja. Hier ist schon voll. Und das wird es dann schon wieder gewesen sein. Wäre ich nicht schnell jetzt hier Samstag. Sonntag. Mach schnell Sonntag. Panik-Modus. Komm schon. Ach. So kurz davor noch eine weitere Bahn zu kriegen. Irgendwie will es heute nicht. Heute will er nicht. Ah. Da fahren wir aber mal besser. 26 Minuten gespielt in Kairo. Soul. Soul hatten wir auch nicht. Ich glaube, nächstes Mal machen wir mal Soul. 24 Minuten. 58 Minuten. Osaka. Das ist lang. Ich kann nicht hier zurück. Der springt sehr merkwürdig. 76 Minuten. Okay. Liebe Freunde. Das war wieder ein kleiner Ausflug in die Mini Metro. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.